hallo eine kleine erinnerung wie jeden sonntag gibt es auch den kommenden sonntag wieder um 20 uhr wieder das melodron public jam und da treffen wir uns alle mit der software sonobus und versuchen zusammen so ein bisschen zu jammen und jeder ist herzlich eingeladen damit zu machen wir damit machen könnt das schreibe ich in die video beschreibung rein von diesem video und ich würde mich freuen wenn ihr mit dabei seid außerdem haben wir noch einen discord kanal den findet ihr über meinen artist-hub sendaidukai.de und vielleicht sehen wir uns ja sonntag und jam ein bisschen miteinander würden uns alle freuen bis dann tschüss so 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 so